Freunde, wir sind hier von dem besten Bürgerladen in Wedding, in Berlin, weit und breit. Komm, wir gehen mal rein. Ist mir jetzt auch egal, ich gehe jetzt einfach rein und beißt einfach in den Bürger, scheiß drauf. Ups, einfach reinbeißt. Hallo, der aller Bürger. Bitte? Nummer vier? Ja, ja, genau. Gut, sehr gut. Der beste Bürger in Berlin.